Streit gibt es offenbar über Maßnahmen, die vor allem der Bund einführen wollte. Neue verpflichtende Kontaktbeschränkungen, Regeln an Schulen und eine Quarantäne für alle Menschen mit Erkältungssymptomen. Andreas Huppert hat diesen schwierigen Tag in Berlin für uns beobachtet. Um der Pandemie Herr zu werden, hatte nämlich allen voran das Kanzleramt auf weitere schärfere Kontaktbeschränkungen bestanden. Auch Bayern könnte sich das vorstellen. Wir sind ja im Moment im Zeitplan zunächst mal mit den bisherigen Maßnahmen. Und sie zeigen auch schon erste Erfolge, das kann man schon sehen. Also das ganz steile Wachstum ist abgebremst. Ich befürchte, dass es aber nicht reicht. In anderen Bundesländern regte sich Widerstand. Die wollten mehr Freiwilligkeit, zum Beispiel bei der Frage, wie und in welchem Umfang man privat feiert. Auch dass Kinder und Jugendliche sich künftig ausschließlich nur mit einem einzigen Spielkameraden sollten treffen dürfen, ist stark umstritten. Die Opposition im Bundestag nennt dieses Ansinnen weltfremd. Sie treffen sich in ihren Klassen, in den Schulräumen, auf der Anfahrt, in den Bussen und Straßenbahnen. Aber außerhalb dieses Komplexes sollen sie sich nur mit einer weiteren Person treffen. Das ist nicht logisch. Appelle statt Verbote, das scheint die Devise. Noch ist nicht klar, auf welche Linie man sich verständigen wird. Klar, nur in genau einer Woche werden sie sich wieder treffen. Dann kommen die Anti-Corona-Maßnahmen erneut auf den Prüfstand von Bund und Ländern. Ja, da konnten sich mal wieder alle nicht einigen. Frau Merkel wollte alles Mögliche. Die wollte ja so gut wie alles verbieten. Schüler dürfen in den Klassen mit Maske natürlich, aber zusammen sein? Nur im Bus nachher und zu Hause in der Freizeit oder unterrichtsfreien Zeit, nennen wir das heute die Lehrer ja mindestens, da ist nichts mehr. Da dürfen sie nur noch mit einem Spielkameraden zusammen sein, mit einem. Naja, die Viren holen sie sich dann am nächsten Morgen wieder im Bus. Oder, ja, ich weiß es nicht. Oder in der Klasse, wenn die Maske nicht richtig sitzt oder nicht genug gelüftet wird oder was auch immer. Wie halte ich es eigentlich damit? Ich bin nicht mehr jung. Ich bin sogar alt. Und 73 Jahre. 1947 geboren. Das ist ein Fakt. Das ist doch mal eine Hausnummer, nicht? Nur damit bin ich schon mal Risikopatient. Mich kann es besonders leicht erwischen. Aber nicht genug damit. Ich bin auch noch chronisch krank. Mit mehreren Sachen. Die größte Hausnummer dürfte da der Morbus Parkinson sein. Ja, ich komme damit gut klar, bin gut medikamentös eingestellt. Aber man ist doch geschwächt. Ich bin doch sehr geschwächt. Und damit also wirklich jetzt ohne zu flachsen, ganz im Ernst, bin besonders gefährdet. Dazu kommen noch diverse Lungen. Und ja, was mache ich jetzt? Ich will mal so sagen. Ich habe bei der ersten sogenannten Welle der Corona-Pandemie gemeinsam mit meiner Frau und unserer Familie, der engeren Familie, sehr konsequent gehandelt. Und trotzdem, ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich bin seitdem bis zum heutigen Tage, und das wird auch noch die nächsten Monate, wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres, so bleiben, keinen Bus und keine Straßenbahn mehr betreten, denn ob mit oder ohne Mund-Nasen-Schutz, das tue ich mir nicht an und tue ich auch anderen nicht an. Nee, denn ich gefährde ja nicht nur mich, sondern auch anderen. So, das ist ja immer ein Geben und Nehmen, sozusagen. Ja, und dann passieren da so ganz kuriose Geschichten. Das schärfste, als braver Staatsbürger, der den Herrn Spahn zwar nicht besonders mag, als der dann rüberkam mit seiner Mordswerbung für die Corona-Warn-App, Corona-Warn-App, habe ich gesagt, warum nicht, das ist sicher eine vernünftige Sache. Mir war aber von Anfang an klar, das kann nicht funktionieren, weil dazu müsste alles Mögliche funktionieren. Erstens müssten es Millionen Menschen sein, die diese Corona-App benutzen, kommt schon mal nicht hin, kannst du vergessen. Ja, und dann müsste die Warn-App selbst, müsste ja auch was tauchen. Und wie das aussieht, habe ich vor ein paar Tagen aus nächster Nähe miterleben dürfen. Hier habe ich einige Bilder der Corona-Warn-App und die Ergebnisse, was da passiert. Da ist jemand, dafür kann ich bürgen, vor einigen Wochen getestet worden. Aus gutem Grund. Ist nicht, weil da etwa nur ein bisschen schnupfen oder so. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Vor allen Dingen in manchen beruflichen Bereichen. Hat sich testen lassen, war treu und brav. Und dann die Corona-App angeworfen, sozusagen. Ja, gut. So eine alte App ist ja auch kein D-Zug, das weiß man ja. Aber nach ein paar Tagen, man denkt so zwei, drei Tage, da müsste was kommen. War immer noch nichts da. Seit der Zeit sehen wir jeden Tag folgendes Ergebnis. Das kann es ja wohl nicht sein. Wenn man dann weiter recherchiert, wird das Ganze noch verworrener. Jetzt zum Beispiel in unserer Stadt, in Braunschweig, habe ich mal geguckt bei der Stadt und beim Gesundheitsamt, das dazugehört, ist ja städtisch. Und da wird es dann total kompliziert. Da heißt es dann, wenn Sie positiv getestet wurden, dann kriegen Sie Bescheid. Wenn Sie nicht positiv getestet wurden, also negativ getestet wurden, also nichts dafür spricht, absolut nichts, dass Sie der Corona-Virus erwischt hat, dann teilt Ihnen die App das nicht mit, obwohl die App selbst sagt ja was anderes. Aber egal, dann wird das Ergebnis, vielleicht, vom Gesundheitsamt an die Hausärzte weitergegeben und die teilen das Ihnen dann mit, vielleicht. Auch da gibt es keine Rückmeldung. Also ich finde, das Thema ist viel zu ernst, um da nur Witze drüber zu reißen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker und was ich von Leuten halte, die sich da versammeln auf Straßen und dann völlig ungeschützt irgendwelchen Unsinn verbreiten, den Sie nie beweisen können, den Sie sagen auch, wir brauchen keine Beweise, wenn wir das sagen, dann stimmt das schon so. Corona ist nur ein Schnupfen, ne? Also von denen halte ich nun überhaupt nichts. Will ich nichts mehr zu tun haben, werde ich auch nichts mehr zu tun haben. Aber so, wie die Verantwortlichen im Gesundheitswesen und vor allem in der Politik uns an der Nase herumführen, wie so ein Bär durchs Zirkusrund. So dürfen die sich nicht wundern, dass irgendwelche Volldeppen sich zusammenrotten, auf die Straße rennen und laut rumschreien. Blödsinn zwar, aber immerhin. Irgendwelche Wirkung hat das leider? Ja doch, Kinder, Menschen, Skenners, macht mal was Vernünftiges, macht erstmal ordentlichen Showdown, hätte ich feiner gesagt. Close down. Für eine gewisse Zeit, aber da belasse ich mich wirklich auf Leute, die mehr davon bestehen als ich. Aber so, dieses Hin und Her und heute Hopp und morgen Topp und Hü und Hot, so wird das nichts mit uns.